Wir möchten hier die Gleichung einer Parabel bestimmen, die durch die Punkte a, b und c verläuft. Das heißt, wir notieren uns zuallererst einmal die allgemeine Parabelfleichung. Also y ist gleich ax² plus bx plus c. Und nun setzen wir zum einen den Punkt a in diese Gleichung ein. Und dann erhalten wir, 1 ist gleich für x die 1 eingesetzt. Das wäre 1² ist 1, also somit hätten wir hier a plus b mal 1, bleibt die b plus c. Dann setzen wir den Punkt b in unsere Gleichung ein. Dann, den Punkt 0, 0, also für y, 0 ist gleich 0 hoch 2 ist 0, weil a ist wieder 0. b mal 0 ergibt auch 0, somit bleibt nur c über. Und hiermit hätten wir schon mal unsere erste Variable. Also c ist gleich 0. Dann setzen wir den Punkt c in die Gleichung ein. Den Punkt 3-3, weil für y die minus 3 ist gleich. 3 im Quadrat ergibt 9. 9 mal a ist 9a. plus 3 mal b sind 3b und wieder plus c. Wobei wir hier c, wissen wir, dass es 0 ist, können wir es hier wegstreichen, genauso wie hier oben. Und nun haben wir sozusagen nur noch zwei Gleichungen. Einmal diese hier und diese hier. Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Und wir versuchen, die zu lösen. Wir sehen hier, wir haben hier das Dreifache von b, das Neunfache von a im Prinzip, und wieder das Dreifache. Das heißt, wir teilen zuallererst mal diese Gleichung durch 3. Dann erhalten wir hier, minus 1 ist gleich, 9 durch 3 ist 3 mal a, plus 3b geteilt durch 3 ergibt b. Das ist mal meine zweite Gleichung. Das ist meine erste. Wir schreiben die zwei Gleichungen nochmal schön untereinander. Dann erhalten wir hier, 1 ist gleich a, plus b. Und die zweite Gleichung ist minus 1 gleich 3a, plus b. Also zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Wir möchten hier b sozusagen wegbekommen. Das erhalten wir, indem wir die obere minus die untere Gleichung rechnen. Somit hätten wir 1 minus minus 1, das ergibt 2, ist gleich a, minus 3, ergibt minus 2a, und b minus b ergibt 0. Die gleichen lösen wir nach a auf, das heißt, wir teilen durch minus 2, hätten somit a ist gleich 2, geteilt durch minus 2, ergibt minus 1. Und dieses a setzen wir zum Beispiel in die erste Gleichung ein, also a in 1, dann erhalten wir 1 ist gleich minus 1 plus b, die minus 1 auf die andere Seite gebracht. Dann erhalten wir 1 plus 1 ist 2, ist gleich b. Also somit hätten wir also b, also somit hätten wir b, gleich 2. Wir haben jetzt unsere drei Unbekannten bestimmt, a, b und c. Die setzen wir in diese Gleichung ein. Dann erhalten wir, y ist gleich, a ist minus 1. Also minus 1 mal x² ergibt minus x², plus b mal x, das wäre in diesem Fall 2x, plus c, das ist 0. Und wir hätten unsere Parabelgleichung bestimmt. Das ist eine Herausforderung. Vielen Dank.